Ayo, was geht von der Eierkampfstadt für euch? Herzlich Willkommen zur nächsten, ich denke mal auch, eventuell letzte Folge von Let's Play Resident Evil Dark Side Chronicles. Wir sind das letzte Mal mit Kapitel 6 ausgestiegen und starten jetzt rein mit Chapter 7 und somit auch im letzten Kapitel dieses Stranges. Und waffentechnisch sieht es ganz gut aus, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt reingehen in die Ölge. Und ja, da wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen, Freunde. Eventuell spielen wir uns sogar schon durch. Und ja, Mann, mit Geld. Es ist nicht möglich, dass wir nachdenken. Aber mit meiner neuen Position in der Regierung haben, ich plötzlich herausgekommen habe, ich herausgekommen, dass er seine Liege ist. Ich würde mich mit seiner Frau, aber sie war eine Geist selbst. So I turned my search over to Claire then, and eventually learned of her confinement on Rockford Island. I shared this information with Chris, and he asked me to arrange a rescue mission before he set off on his own to find her. Claire! Claire! Chris! Chris! I've been so worried! You kidding me? I thought tough girls like you didn't get worried. What happened? How did you get here? Leon contacted me. Leon? You know him? Yeah. He tracked me down right after you went missing. Look, Claire, we can talk about this later, but we gotta get out of here first. Wait, Steve! He's here somewhere! We can't leave without him! You're Alexia Ashford! Oh, you know my name. I thought you were dead. No, I've just been hibernating for 15 years to become one with the Veronica-Virus. Veronica-Virus? I still have some experiments to perform. Would you care to play along? Your friend awaits you in the Colosseum. You don't want to be late. You don't want to be late. You don't want to be late. Hey, stop! Nice. Jetzt sind wir einfach mit Chris unterwegs. Oh. So, nice. Heilige Scheiße. Ja, der Rex-Viecher. Ey, verpiss dich. Gibt diese Gold. So. Oh, scheiße. So, mit Mr. Redfield. Jetzt am Start. Die Legende auf jeden Fall. Die Tentakel, Junge. Ja, Wallahi. Oh, Manniak. Zwiebel. Alter, Scheiße, Bro. Ich treffe nicht. Ja, auf dich zu sein. Ich muss sie jetzt so bewegen, Digga. Ja, der ist nicht geschmerzt. Rinder, Uzi, Heilspray. Da war noch was. Ah, guck mal. Nein! Wild. Oh! Shotgun. Erster ist noch Granate. Werter, der Bild ist nichts. Hallo? Lad, stirb. Ja, Manniak. Wunderbar. Der lebt immer noch. Der Mann hat einen neuen Decorator. Was meinst du? Dieses Palast. Er hat das gleiche in Raccoon City. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mein Weg um. Cool. Wir haben wieder ein paar Goldstücke. Hey, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ne, nein, nein, nein. Da bin ich das, was mich noch den Korrupten bist. Na klar, ptic, Nein, du denkst an das. Wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, Steve. Wir haben nicht viel Zeit. Unde, Junge. Lackpeaches. Stevie Boy. Sie hat mich mit etwas injektiert. Ich denke, es ist das Veronica-Virus. Sie möchte mich testen. Mal sehen, ob ich ihr Anrufe. Claire, sie möchte mich töten. Steve. Ich werde mich nicht töten. Ich werde mich nicht töten. Ich werde dich töten. Steve! Steve! Alter, was ein hässliches ist Ding geworden. Ich denke, ich habe keine Friesen dabei. Natürlich. Schau sie! Ich habe mein Herz, entfernt! Ok, komm, los! Steve! Tschüss, Cousin. Habibi. Habibi. Lack ein Grüne auch, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Tschüss. Lack jetzt hier. Claire, wir müssen eine Runde für ihn machen. Nein! Claire, wir werden nicht aufgeben. Wir haben jetzt keine Toys. Alles klar. Gut. Lass uns aufstehen, bevor er uns kommt. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Ich werde zurück. Ich versuche. Beide auf. Okay. Lass uns gehen! Geh weg! Spring, spring, spring. Nochmal, Schwester. Ich bin nicht able, durch da zu gehen. Wild. Schau her! Halleluja. Halleluja. Ah, jetzt. Nein! Ich habe mich verdrückt. Aua. Er hat die Axt selbst reinbekommen. wasторbe! Ah! 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 Steve! Steve! Hold on. Wir werden dich rausziehen. Nein. Ich werde es nicht machen. Sie wissen, dass das Virus in mir ist. Es gibt keine Rückwärmung. Nein. Sie kommen mit uns. Claire. Steve. Steve! Steve! Nein! Bleib hier. Ich werde das in der Power-Rum. Ich komme mit dir. Es ist Zeit, dass das Ende ist. Alexia muss mich verletzt werden. Ich werde das Ende enden, Steve. Und dann werden wir alle frei sein. Ich muss erst in der Kontrollruppe kommen. Wir sind so eklig und hässlich. Ich hasse die Viecher, Mann. Alter, die Frame Drops. Mein kleines Experiment in der Kolosseum war so viel Spaß, nicht wahr? Ich glaube, manchmal wird eine wöchere Pfanne auf seine Königin. Kriss, bist du okay? Oh, das stimmt. Du bist zwei ein Bruder und Schwester, nicht wahr? Ich hatte einen Bruder auch. Er war wirklich nicht viel Spaß. Er konnte mich nicht auf einmal auf einen Zeitpunkt wenden. Aber ich habe ihn von all seinen Aufgaben. Du denkst, dass alle in dieser Welt hier hier für dich servieren, nicht wahr? Servieren mich? Nein. Ich denke, dass alle in dieser Welt hier meine Experimenten verdienen. Du dreckiges Pilzwesen. Du dreckiges Pilzwesen. Du dreckiges Pilzwesen. ? Oh, das sind los. Oh, das ist das ja. VersCH Das Ding ist A und B sind bei mir entweder linker oder rechter Bomber Das ist halt immer so verwirrend, wenn die Tasten kommen Ja, geh vor meine Eier Gott, das Wind Ja Hat das das gemacht? Ja Wie schreit du? Ich glaube, dass du zu weit bist Dank an dich, Veronika und mir, das macht mich stärker Wenn du diese Botschaft verletzt kannst, das nur bedeutet, dass die Veronika-Code hat die Kritik-Stage erreicht Das Jahr ist 1983 Und ich bin Angst, dass meine einzige Dauberin hat sich beschäftigt mit der Veronika-Code Sie hat sogar zu den Punkt, zu experimentieren, auf ihre eigene Körper Meine Dauberin träumt dieses Ding in die Welt Das letzte Schritt ist die einzige Möglichkeit, die ich zu denken, um zu helfen Nein, 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 Haua Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab grad nachgeladen, Digga Ich hab nachgeladen, Cousin Nein Nein, ich hab falsch gedrückt Ach, fuck Du ekenhaftes 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 Ich hab das Du ekenhaftes Ich hab da Ich hab das Ich muss versuchen so viel wie es geht dir zu vermeiden, Digga. Beweg dich, Klarissus. Ja, selme. Aua. Mann, fuck off, Digga. Nice. So, ähm, den Laser packe ich mal hier oben. Yes. Voller kann erwischt. Oh. Aber fuller üst. Oh, neem. Oh, neem. Oh, neem. Oh, neem. Oh, neem. Nein, ich habe veräumt. Oh mein Gott. Ich habe es so veräumt, Digga. Ich treffe die nicht, die Fotze. Nein, ach Digga, du Lutschendes. Ich werde so down gehen. Sie ist schon gekommen. Ach Digga, Lutsch, mein Sack. Ich war doch drauf, Mann. Ach, fuck off, Mann. Was ist das denn? Also, ich habe keine Muni mehr. Ja, wie, Bruder? Keine Muni mehr. Digga, es geht nicht. Ich treffe sie nicht. Ich treffe sie nicht. Ich kann sie nicht treffen, Digga, weil die Steuerung so gottlos scheiße ist. Scheiße, Mann, Alter. Bro, ich kriege meine Meisen. Ich kriege meine Meisen. Ich kriege meine Meisen. Ich werde so sterben. Ich werde das erste Mal, dass ich fahre in dem ganzen Spiel. Weil ich sie nicht hitten kann. Ich kann sie nicht hitten. Es geht nicht. Ich war drauf. Ich war drauf. Wallah, ich war drauf. Es ist ein Bug. Wallah, es ist ein Bug. Ich war drauf, Bruder. Wallah, ich war drauf. Ihr habt gesehen, ich war drauf. Macht gar keinen Sinn, das Game. Gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn, das Game, Digga. Ja. Jetzt. Oh mein Gott. Ich dachte, ich gehe drauf, Digga. Jetzt hat's geklappt. Ich fick diese Drecksgun. Let's get back. Steve is waiting for me. You're right. Let's hurry. This place will be standing for much longer. Yeah. What's going on? Where's Steve? He's been taken. A Star's knife? But this one looks different from yours. I'm pretty sure I know who it belongs to. Chris, look. Chris, look. Yeah, I know. The Veronica Virus, despite Chris' best efforts, was procured by Wesker. He secured Steve's body, which had been infected, and was able to extract the virus, leading to its reappearance in South America. The virus continues to grow, altering its form, strengthening perpetually, until the day comes, when it can be destroyed. Let's see. Bread of Fire, this is this, Reload Speed, Star Pink Power von C auf C+. Das können wir machen. Und weiter geht's, Freunde. Da haben wir jetzt hier alle Missionen geschafft und kommen wieder zurück. Und können sozusagen dann hier in den letzten, ja, drei Missionen, kann man sagen, dann fortfahren. Drei hätten wir noch. Ach guck mal, wir können den ganz als Dings spielen, krass. Heftig, okay, ähm. Guck mal, die Shotgun rein, dann würde ich sagen, let's go. Gehen wir rein in die letzten drei Kapitel. Die werde ich jetzt hier noch durchziehen, auf jeden Fall in der Folge. Das wird jetzt auf jeden Fall die letzte sein. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, aber egal. Leon. 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 you okay? Not really, we gotta keep goin. Well, that was a nice refreshing dip, heh? WE NEED TO FIND JAVIER! Halleluja! Sooo. This is the beginning of the 만큼 of Mirror's Edge. und hier so im untergrund laufen muss es bei mir ist schon eins war auch so ein geiles spiel habe das geben auch so krass gefeiert ja super ganz großartig lag fische online frische stört bitte danke so schön oder nicht noch so unterschied also in die waffen von uns das merkt man schon es ist nicht zu op aber es auch nicht zu wenig bisschen gold ist das geil was in the report maybe she was from one of us mistresses regardless sie muss really hate her father's to get away from him well we can ask her we find her but javier is the one we're after not his daughter remember yeah you're right oh god was für eine wunde der ex fischer so hallelujah hallöchen oh frosch gesicht der junge lag verpiss dich so Ich hoffe, dass du eine gute Erinnerung hast, denn ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Nur eine Art, um herauszufinden. Das machen wir. Das ist das, was ich möchte. Das denke ich mir. Alter Schwede. Junge, wie viele hier sind. Es wird aber auch nicht weniger. Geisteskrank. Geisteskrank. Bisschen Armbrust. Guck mal, die sind wirklich so ausführlich, wie sie vier. Krass. Dreckswesen, 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 Dreckswesen. Schlimm, die Sejane. Schlimm, die Sejane. Sieht aber wild aus hier. Stabile Gegend. Ein bisschen riesige Fünfvibes. Das liegt das. Siehten, Dreckswesen. nicht noch mehr bitte nicht bisschen gold wie sind dies das könnte ich auch mal sterben bitte dankeschön schieß es dies sind granates wo du weißt was die lebe ich mir auch direkt zur hand so heilige mutter maria joseph christus zwiebelratte oh mein gott nein gewick heilige scheiße ich glaube rechts was glaube ich weiß nicht mehr als schneider die wege glaube ich nimmst desto schneller bis zum zielen spiele 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 lack auf zu zittern das war schon richtig weil wir können wir zum befahrstuhl passt schon war schon richtig doch gut jetzt kommen richtig dreckige fische die ist noch harmlos das meine ich das meine ich das meine ich ja das meine ich das ist nicht grösst du wickst fische das ist nicht grösst du wickst fische der maniak machen wir auf hier Was geht ab Schwester? Ich bin so glücklich, dass du im Leben bist. Ich dachte, dass etwas mit dir passiert ist. Es ist mein Vater. Ich bin glücklich, dass du... Du bist nicht mit Javier? Ich bin weg. Wie sieht es aus, dass du den Krusher verlieren? Da brudelt's. Oh scheiße. Lagen wir auch diese. Ah, jetzt macht die das. Genau. Die Sachen die missgeboten haben. Oh Gott. Der stirbt. So. Kein Problem. Wunderbar. Was? Junge, reich doch. Stirb, Yamase, Yaselemi. Was ist mit dir? Nicht, dass wir die kleine treffen. Boah. Oh oh, oh oh. Nicht gut. Oh Gott. Mach auf die Scheiße. Oh Gottes Willen. Harry. Ich will nicht wissen, was da kommt. Oh Gott sei Dank. Hunde und hesseln. Wunderviee, Alter. Wunderviee, Alter. Wie viele hab ich? Zwei, okay. stört meier salome du musst doch ein bisschen ausreizen das ist dieses peace fisch schon wieder vom allerersten oh gott auch nicht schon wieder diese gänge lang stirbt bitte auch mal drauf gehen dankeschön ich glaube das level geht auch nicht mehr so lange ich gehe auf jeden fall nach dem kapitel mache ich kurze pausen wenn ich kurz in der rauche hier etwas zu trinken dann geht es weiter was ist das was ist das was ist das gewesen dreh dich doch auf leon du vogel gesicht rede ich drehe dich rechts rechts bitte rechts nein links links auch du bist so ein maniak alter ich fick dein frühen frisur du hurensohn ja gut du bist mal drauf hat sich egal weil da bist du schon ganz ganz stark oder bitte wenn du ehrenmann bist drehe dich doch noch nicht ganz kurz ganz kurz nur kurz nur kurz ich will doch nicht mehr ja genau nein bleib doch das ist ein grüner kraut ihr macht ihr seid das der ihr seid brav klasse war mae auf 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 das hier hier Jetzt gibt's Cutscene. Given the circumstances. The virus. I was injected with it as part of my treatment. Treatment? It wasn't my fault. My doctor diagnosed me with the same disease my mother had. He told me there was no chance of recovery. And all we could find out was that only people living in this area contracted it. It... It killed my mother. But somehow... I... Easy. 14 min. 70 Gegners. Fast Bs. Okay. 5.000. Okay. Ähm... Er geht noch nicht so wohl. Er Capacity... Wohl... Ich spare noch auf C plus. Er ist ja auch eh nicht mehr so viel. Okay, ich mach ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Sehr gut, ist ja kind. Okay. Und jetzt also, für die Treffung. Und jetztvable der Action-Larbeer Nowak. Jetzt müssen wir's klappen. Okay. Er ist ja schon gegenüber dem Captain MARKET. chronicles und wir haben noch zwei chapter phones kapitel 4 rein mit leonzkowitsch und next let's go auf kräfte basis ohne reden sie war 15 sie contracted the same fatal disease that her mother had the veronica virus was used as a form of treatment and consequently she recovered it must have strengthened her cells however the virus can severely damage its hosts brain cells and if incompatible will take them over completely even ashford's researchers who are unable to control it there appears to be no exception to this outside of javier's treatment of manuela somehow he's managed to keep her from turning into a monster leon we should take care of the girl before it gets too late it's only a matter of time leon before she becomes a threat javier knows something he's been able to prevent manuela from transforming i have to take her with me and find out how anti-virus weapon protocol number 7600 you're on a special assignment for the president my mission is to eradicate this virus once and for all and with your help i intend to do just that well i am a soldier one of your orders are from the president that i'm on your side let's go time to kick some ass you sure went all out on security maybe he doesn't like door-to-door salesman welcome home on my land into my way of friends please asses ach du scheiße stimmt er hat 10 million von denen du sagst es laut schwester hat er hat 10 million von denen du sagst ha du sagst gully du sagst wow du sagst du sagst du sagst du sagst du sagst weg also die hunde junge oh mein gott und gutes willen ein hals preser wichtig sehr schön das kuchen das kuchen schneig frisch nein lasst mich doch in frieden mann wesen warte kurzer prozess ich sollte die sachen so gut aufschwimmen wie es geht ich werde ich später brauchen stimmt mein selben noch mehr leck mich doch am sack gott sei dank ein kraut ja schwarz die gesichte es ist schmerz in hier wir sind allein in der schmerz mein freund allein in der der Zwiebelraum ach du scheiße das ist so na jungs guten morgen aufstehen was geht ab alle mal bitte raus aus den zellen bitte einmal gassi gehen was weg sind sie deine kusin lebt noch wunderbar die grenade war schön die grenade war schön dann drück mal rauf nice schwester die grenade war schön gut 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 warte 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 mein kraut gib mir dieses kraut la Der Kraut hat sich gelohnt. Oh Gott. Rexfiecher. Pisswesen. Nicht noch mehr von den... Wo sind wir jetzt? Für ein anderes... ...an dem Bereich des Gebäudes. Ja, hässlichen Ratten, Junge. Ich fick eure Eltern. Oh mein Gott. Oh, der ist ja knapp. Kannst du fast unterm Rock gucken. Äh, Drich. Nice. Schau, ich bin da. Bisschen gut, Simon. Immer richtig. Ach du Scheiße, guten Morgen, Alter. Wer sind diese Leute? Das sind Cousinen und Cousins von uns. Doktor. Es ist mir fault. Ich habe sie erzählt mir, wie sie meine Krankheit geraten. Und dann mein Vater. Was war das? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Du bleibst weg von meinen Sack, Alter. Wir gehen weg mit deinen Pissklauen. Nicht noch einer von denen. Boah, die Fächer sind die schlimmsten. Heilige Scheiße. Nein, nein... Nein. Da muss ich kurz die Schachtgauon auspacken, weil das ist echt zu viel. Heilung. Heilung. Sehr schön. Kurz nachladen. Da ist eine, wo ich schaue. Ich war nie verletzt, zu gehen. Geh uns da. Es ist ein Grünhaus. Ja, mehr als ein botanisches Garten. Was ist das? Was? Nicht wieder. Leon, schau. Das ist der früheren Forscher von Umbrella. Verdammt. Wir mussten ihn fragen. Nun ist er nicht gut für uns. Wir haben keine Wahl. Wir müssen hoch. Was ist das? Es ist das... Ich bin nicht Fighter. Ich bin little mal. Ich bin klein auf dem. Ich hab ihn nicht dran. Ich bin dran. Euch ist das. Ich bin sicher. Oh nein, oh nein, oh nein. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wie viel hat jetzt? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7 Ne, Kugeln mehr Nice Ach du Himmels Wille Der steht halt immer noch und der rechte auch noch Und auch der linke noch Jetzt sind sie da Alter Schwede Ey aufs Klob Hab ich die Bombe Bin gerade eine gewesen Und ich nehm Gott auf Hab dich lieb Ich küss dein Herz Meine Mutter ist Gott aufgewacht Das ist 56 Minuten schon wieder Scheiße man Die Folge wird auf jeden Fall Überlänge haben Definitiv So Was ist dieser Ort? Oh, das ist sicher nicht der Gaststuhl. Weg weg weg! Alter! Pissvieh! Um Gottes Willen! Nein! Aua! Mann verpiss dich! Oh, nicht noch mehr, Digga. Der D war gut geworfen, die war gut geworfen, die war gut geworfen. Stark. Okay, jetzt kann sie gar nichts für uns sehr gut. Okay. Sieht aus wie eine Heilkammer oder sowas. Diese sind all human organs. Die Missing Girls. Manuela! Sie müssen sie regelmäßig transplantiert werden. Was sagst du? Sie helfen mit der Schmerzen, die Virus zu halten. Aber das ist nur für die ersten 15 Jahre. Wenn du mir nur um mich zu sterben, dann würde das gar nicht mehr passieren. Nein. Ich kann nicht nur auf dich sterben. In Natur, die Predators, die auf anderen betrachten, nur auf sich stärker und aufwachsen. in der Welt! Sie sind verrückte, selbstbewusste Mann! Sie sind verrückt, dass du meine Kinder zurückgebracht hast. Ich werde dir das Leben geben. Ich werde dir dein Vater geben. Ich werde dir das Leben geben. Bist du? Was ist denn jetzt los, Alter? Oh mein Gott, ach, das ist viel... Oh mein Gott! Ja, wenn ich das viel Schaden nehmen würde, Alter. Und ein bisschen Schaden nimmst du gerade schon. Aua. Aber nicht wirklich viel. Ey, du Hund! Mann, geh doch von meinem Sack, wirkelte. Viel grüne Kräuter habe ich doch. Warte, lass ich kurz gucken. Zwei, okay, das ist voll easy. Kein Problem, das stimmt. Ich baller auf den ohne Hände, juckt ihn nicht. Den juckt ja gar nichts. Ah, jetzt juckt es ihn. Auf einmal juckt es ihn. Das juckt ihn immer noch. Oh, gut Schaden gemacht. Jetzt bringt es hier gar nichts mehr. Bringt nichts. Was? Ah, nice. Manuela? 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 Stopp! Stopp! Ich bin okay. Ich weiß nicht, warum. Aber wenn ich diese Song singe, wird es mich attackieren. Oh nein. Oh nein. Träuser, lass uns gehen. Jetzt, hurry! Komm her! 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 Wir können das tun! Komm her! Komm her! Das war ein starker Schott, aber mitten ins Gesicht. Ist das Fieh tot? Wir hoffen es. Javier ist weg. Wir müssen nach ihm gehen. Schrauser! Schrauser! Bist du okay? Es ist nichts. Mother? I don't want to live if it means others have to die. I don't want to live Diggas, I can't have to die. Diggas. I don't want to die. Why do I want to retire myself? Oh God. Okay, you got ultra reach. Ist das? 12.000... Was ja eigentlich so schönes Customisen. Power! Machen wir das mal auf A, Diggas. A plus das Maximum. So Letztes Kapitel, meine Freunde Chapter 5 Rein, Jolga Ja, passt Ab geht's I should have done this owner, Jolga Stupid Americans You think you can defeat it, don't you? But you forget that when you look into the depths of the Abyss It's one of you all You lost Javier We need some air support Let's go Okay, alles klar Oh shit Oh shit Der letzte Fight Das ist nie los Das ist es What the? Where the hell did this thing come from? Nicht schlagen Nein, Aua Alter, Alter Autsch Aua Fisswesen Das war das eine Bein von dem Ekelhaft Ekelhaft Jawohl Ekelhaft Wichtig, wichtig Wichtig Oh shit Das war das eine Bein von dem Das war das eine Bein von dem Das war das eine Bein von dem Das war wichtig, 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 wichtig Das war wichtig, wichtig Wichtig Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit So huge wie mein Arschloch nach dem Scheißen Holy moly Oh shit Oh mein Gott Alter Alter Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Wir kommen nicht hin! Wir können das nicht machen! Ich verstehe jetzt... Ich fühle diese Schmerz... weil ich noch... noch Mensch bin. Aber wenn ich nicht mehr als Mensch bin... dann würde ich... dass ich... Nein! Ich wähle... zu sterben... als Mensch! Manuela, nicht! Auf der Fall. Ich werde... Nein! Wir haben... Wir haben... Wir haben... Manuela, wie bist du? Ich bin noch hier. Er hat kurz in FAMOUS geworden. Wenn du mich nicht verletzt hast... Das ist wie wieder volles Leben, wahrscheinlich schon, oder? Warte, rechts... Ich hab's aufgehoben. Scheissnice. Wild... Weg mal. Aufgehoben! Er ist dein Schaafes. Er ist dein Schaafes. Er ist dein Schaafes. Warte, er hätte es für dich eine gewisse Zeit für dich. Die anderen Seite. Warte, was ist das? Jetzt kommen die Pflanzer hier Vielleicht können wir sie auf unserer Anwendung Ich habe mich abgestochen Aua du Wichser Oh nein Mach Platz Lack dir nicht zu dem Ding Kaputt Ich zwinge das Wesen in die Knie Junge Let's go Nice, genau mit dem letzten Schuss, Digga Ich bin's Ich bin's der Master, Junge Let's go, das Biest Aua Oh nein Warte, 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 warte Warte, warte, warte Ich bin noch hier die Magnum, Alter Warte, 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 warte Oh, ah. Ouch. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. And so will you. We'll never let that happen. Witness my divine power! Yeah, man. Lass mich dir bitte ins Gesicht schießen, bitte. Du bist halt einfach hässlich. Lass mich ballern. We're still paying anybody to get you away. Alter. Aber. Um Gottes willen. Warte, ich probiere mal was anderes. Äh. Wer ist hiermit. Es bringt was, aber nicht so viel wie schwierig. Äh. Gedacht hätte. Was ist das? Oh, wow. Ja. Na komm. Mann, fuck, Digga. Als ob. Mann, du bist. Ja. Kann ich probieren, noch was anderes? Welches Problem ist noch was anderes? Wie wärs damit? Yes. Uh-oh. Gleiche Stone. Let's go! You bastard! Tschüss. Mit der Mikro hat sie kurz beerdigt. Äh, beziehungsweise Magden. Was ist die Mikro hat sie? Ja genau, wichs mich fort. Let's go. Easy, ja. Halleluja! I should have died... with my father. No. No one should have died down there. Besides, you've got an obligation to live. For the sake of the girls living inside you. Manuela was later taken into custody by the US government. She was put under strict surveillance, but so far there have been no reports of any changes to her body. Krauser's arm never fully healed, and he was forced to leave the army. Where he went, no one knows. Why did Manuela never lose her conscience? Was it something genetic? Or was she sustained by this land that's so rich with life? The virus continues to grow, altering its form, strengthening perpetually, until the day it can be destroyed, in our bodies, in our souls. ... 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